Ja, schon noch ein bisschen ungewohnt, alles sehr groß, sehr viel, viel Trubel um alles. Die Saison wird für mich so ein kleiner Schnupperkurs. Ich werde natürlich im Training mein Bestes geben, um auch Spielanteile zu bekommen, aber ich will mehr versuchen von Mette und auch von dieser Luise, viel zu lernen. Ja, so gehe ich ran, also ich mache mir noch keinen großen Kopf drüber. Eigentlich bin ich ein lustiger Typ, wenn ich alleine bin oder wo ich neu bin, bin ich schüchtern. In einem Jahr ist das anders, hoffe ich.